hey leute willkommen zu einem live stream ja wir sind heute live und nicht in dem video was hochreichend verschnitten ist ich dachte mir nämlich machen heute noch ein bisschen was anderes und zwar ist heute eine nicht lachen challenge also you love you lose und die bestrafung ist dass der stream so vollendet mal gucken ob ich vielleicht auch noch eine andere bestrafung irgendwann außerhalb mache mal schauen regeln sind einmal nicht lachen wert gedacht auch nicht kichern das ist alles ob das das geht jetzt auch dazu und was ich aber machen darf ist grinsen also wenn ich so mache das zählt das zählt nicht meine ich so grinse das ist kein lachen ich darf grinsen aber ich darf nicht kichern so ich denke das ist gut fair eure aufgabe ist es mich zum lachen zu bringen und ihr könnt mir videos schicken auf meinem disco server so funktioniert okay mein ziel ist es mindestens eine stunde lang auszuhalten oder zu lachen wie gesagt ich darf grinsen nicht da so gucken ja aber ich darf nicht dauerhaft grinsen das ist auch ein bisschen bisschen kacke wenn ich darauf grinse das war bisher heute das lustigste video denn hier schickt mir mehr das war gut lustiges video lustig dampf brunnen sei moore ich gemacht es trotz ihrer richtung superleiter charmers willkommen ich hoffe du sind vorbereitet von unvergesslichen mittagessen ja oh egal mein rösten ist ruiniert aber was wenn ich wurden zu kaufen schnell essen und verkleiden als mein eigen kochen hohoho herrlich teuflisch sei moore da 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 hautner mit seinen verrückterklärungen der superleiter wird brauchen seine medikamente wenn er hört hautners lahme übertreibung da wird sein ärger im stadt heute nacht sei moore superleiter ich war nur nur denen meine kälber an der fensterbrett isometrisch übrung interessieren sich beizureten zu mich warum ist da rauch kommen aus deinem ofen sei moore das ist nicht rauch es ist dampf dampf und gedämpften muscheln wir sind haben gedämpft muscheln das war knapp ich hab fast gelacht superleiter innerlich schon gelacht der hamburger nein sei moore das haus ist dann feuer nein mutter es ist nur der nördlich lichter brunnen sei moore du sind ein ungerade gefährte aber ich muss sagen du dampf ein gutschinken hilfe du dampf ein gutschinken leute merkt euch dass du dampf ein gutschinken ich werde nicht mehr geben wenn Fische auf dem Wasser leben können dann so kann ich okay das war lustig nein ich will nicht mehr zu kippen viel Buster lustig mein Humor mein Humor chronische auf die PC chronische Fedort größer ich 翻 Um. Okay, stop being gay. I hate your videos. You suck at making videos and you should stop. I'm sorry daddy. Show me how to make videos. Stop. Stopping hand emoji. Show me your videos papa. Yo chill out with that gay shit. Shit. Show me your rock hard videos. Yo what the fuck. Picture of the Eiffel Tower. And you need to stop making videos. Oh daddy please render me at 1080p in 60 frames. Fuck it daddy. Stick it in at 144 hertz. Yo why you being gay bro? Stop. Stopping hand emoji. Export me with my cubic decoding right in my SSD daddy. Yo stop. Show me your R.A.W. files papa. I wanna fill my RAM with your data. You just need to learn how to make good videos or just give it the fuck up because you fucking suck. Show me how to make videos please. I'm so ready. No because you are being gay if you are making videos you should know not your dumb ass not funny fucking videos fuck out of here. Oh dear daddy. I'm ready to assign my key frames all over your timeline. Yo what the fuck bro. I'm done with you. Keep going. My project is almost complete. No bye. Thumbs up emoji. Ha. Okay nein. Bis auf die letzte Sekunde äh sehr lustig. What is a Wega board? How do you make a Ouija board? How do you feel about Ouija boards? How to Ouija board works? How we can do plan chit without using Ouija board? Is it dangerous to play Ouija board? Ouija board? My Ouija board is cussing me out? Is the Ouija board online fake or real? It's the Ouija I real game? How we can able to play Ouija board? Ouija board or whatever? How do I find out if they're a ghost in my house without using a Ouija board? A Ouija board game? What happens? When I was a kid, I used to mess about with a quiche board. Wa-weg board. Is that how Ou spell the evil game thing? Wa-weg board. Nailed it. Luigi board? The Luigi board? Making a Luigi board? Have you played the Luigi board? Can you burn a Luigi board? What is a Luigi board? My friends did a Luigi board? And it mentioned me? How do Luigi boards work? Are Luigi boards dangerouse if you ask something about ghosts? What's up with the Luigi board game? Is it creepy or what is it possible to die for playing this game? Aww. Help, Quidja! Do Quidja boards actually works? Ouija. Quidja board experiences? Help pulls. Ouija board. Wega board. Help pulls? Pulls help. Quidja board. Wega board. Pulls help? Help pulls. Quidja board. Wega board. Help pulls? How to use Wedgie board. And is it real? Do Wedgie board really work? And if so, what happened? Where do I obtain a Wedgie board? Do I have to make my own Wedgie? Or can I buy one from a witch or vegan? Oh, Wedgie wegen vegan. Aber es war sehr gut. Wir kommen näher dem Lacher. Komm. I hope you die in the fire. I hope you die in the fire. I hope you die in the fire. Hope you'll be stoned in the heart. Hope you'll get shined in the fire. Pfff. Es ist kurz davor wie scharfe Mist. No, fuck off. No, fuck off. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Oh nein. Das lustige an dem Video war der Text. Shut up i'm a cat. Das war das lustigste. das war gut dass das war gut dann warten wir ich bin oh mein gott mehr mion ist so leid muss ich wieder dahin legen für den background ich habe ihn auch so sehr angestoßen jetzt nein ich habe gelacht egal